Ja, ein riesen Highlight dürfen wir Ihnen jetzt zeigen und das ist unser Handy über das Smartwatch. Und die gibt es jetzt hier für Sie, exklusiv, für unter 30 Euro. Ja, das staunt man erstmal. Und die ist wahnsinnig toll ausgestattet, muss man ganz klar sagen, ein richtiger Alleskönner. Mit super vielen Extras und vor allem, was mir auch immer wichtig ist, Ihnen wahrscheinlich auch, die ist super einfach zu bedienen. Also gerade für Einsteiger genau das Richtige, wenn man das mal testen möchte, günstig, einfach zu bedienen. Da kann jeder mit dem Thema Handy, Uhr, Smartwatch jetzt einsteigen. Da sehen wir sie gerade, Lutz, und die kann wirklich so viel. Und dann für diesen Preis, das ist doch sensationell, oder? Ja, und sie kann sogar die Zeit anzeigen, wie Sie sehen. Das vergisst man ja manchmal bei diesen etwa gefühlten drei Millionen Funktionen, die hier unsere Smartwatch hat. Aber das finde ich so toll, dass man hier ganz einfach eben halt auch mal das Ziffernblatt wechseln kann. Damit jeden Tag so ein bisschen anderes Design hat, ob es jetzt mal ein bisschen sportlicher sein darf oder ein bisschen klassischer vielleicht für den Abend. Aber Smartwatch bedeutet natürlich in allererster Linie mal, dass man die Benachrichtigung vom Smartphone jetzt am Handgelenk hat. Also man muss gar nicht mehr das Telefon suchen und entsperren, um zu gucken, hat mich da jetzt jemand angerufen? Oder war das irgendwie ein neuer Termin? Und wann muss ich wo sein? Und was steht jetzt in der SMS drin? Ach, die beantworte ich mal ganz schnell. All das machen Sie jetzt einfach über Ihre neue Smartwatch direkt am Handgelenk mit diesem wunderbaren großen Touchscreen. Und Sie sehen es ja auch hier schon, gerade bei Kati an der Hand. Da kann man jetzt ja auch schon erkennen, das sind diese typischen Icons, die man ja auch bei Android hat. Das heißt, wenn man ein Android-Telefon hat und bedienen kann, kann man auch diese Smartwatch vollautomatisch bedienen. Das ist vertrautes Terrain. So, was bringt einem das jetzt? Naja, gut, zum einen muss man sich jetzt gar nicht mehr erst, wie gesagt, nach dem Handy umsuchen, um mal zu sehen, was ist denn jetzt eigentlich los oder wie spät ist es denn? Das ist ja schon mal ganz wichtig. Aber es gibt so viele weitere Funktionen. Das eine ist zum Beispiel, da gibt es so Fitness-Tracker-Funktionen, dass man sagt, ich kann jetzt mal Schritte zählen lassen, dementsprechend auch meine Kalorien berechnen lassen. Trinkerinnerung ist auch so was ganz Wichtiges. Bewegungserinnerung, gerade so für Schreibtischtäter wie meiner einer, der einfach mal vergisst, oh, hoppla, schon wieder vier Stunden am Schreibtisch gesessen. Jetzt wird es aber Zeit, ein bisschen mal bewegen, Beine vertreten und vor allen Dingen was trinken. All das geht und viel, viel mehr. Eine Kamera ist verbaut. Sie können direkt mit Ihrer neuen Smartwatch auch Fotos aufnehmen. Die sitzt da oben im Gehäuserand von diesem Edelstahl-Gehäuse. Und Sie sind vor allen Dingen natürlich auch verbunden mit Ihrem Telefon. Das koppelt man einmal per Bluetooth, also drahtlos. Die zugehörige App, die gibt es kostenlos im Android App Store. Und dann, wie gesagt, ist man mit seinem Smartphone dauerhaft verbunden. Aber, und das ist jetzt das Tolle, man kann das Ganze dann auch ohne Telefon betreiben. Und das ist eine absolute Besonderheit. Man kann nämlich eine eigene SIM-Karte einlegen, also eine eigene Mobilfunkkarte für Ihre Smartwatch. Und damit kann ich zum Beispiel das Telefon einfach mal zu Hause lassen. Wenn ich wohin gehe, wo ich weiß, oh, da könnte das aber mal geklaut werden. Oder man sitzt vielleicht da lange drauf, Theater, Kino, Oper, irgendwie sowas in der Art. Dann lässt man das zu Hause und ist trotzdem erreichbar. Weltweit dann GSM Quadband. Also egal, ob jetzt hier irgendwo in Deutschland, Europa oder irgendwo in Übersee. Man ist erreichbar, kann natürlich auch selbst raus telefonieren. Und das Ganze dann auch direkt vom Handgelenk aus. Das ist sowas von komfortabel. Und es kommt noch besser. Es ist eine Freisprecheinrichtung verbaut. Das heißt, ein Mikrofon und ein Lautsprecher. Das heißt, wenn jetzt hier ein Anruf erreicht oder Sie auch telefonieren möchten, dann brauchen Sie nicht mal mehr Ihren Kopfhörer, sondern sprechen wie James Bond mit Ihrem Handgelenk. Das Ganze SIM-Lock-frei und vertragsfrei, muss man betonen, bei diesem super-hyper-duper-coolen Preis. Das ist alles Ihnen überlassen, was Sie da an SIM-Karten reinpacken. Oder lassen Sie es auch, müssen Sie ja gar nicht. 28,41 Euro. Und hier die Computerbild hat geschrieben, Dank des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses bekommen Smartwatch-Anfänger ein überraschend gutes Gerät geboten. Ja, 28,41 Euro. Das ist jetzt hier Ihr Preis. Und dann können Sie das mal ausprobieren. Das ist doch mal was, oder? Testen Sie es einfach mal hier so eine Smartwatch am Handgelenk. Und dann Fotos machen oder telefonieren. Hallo, hallo, wer ist dran? Ja, nee, du, ich bin hier gerade draußen im Park spazieren. Wir sitzen hier gerade. Haben uns jetzt mal hier sitzen. Ja, ist ja nett hier. Komm doch mal vorbei. Die Berge im Hintergrund. Ja, ist ganz gemütlich. Wollen Sie das auch? PX 39 14 569. Viel Spaß.